Hallo und herzlich willkommen auf BrokerDeal.de. Wir zeigen Ihnen heute Schritt für Schritt, wie einfach Sie ein kostenfreies Demokonto bei OYANDA.com eröffnen und die ersten Trades im Metatrader 4 ausführen können. Dafür müssen Sie zuerst die Internetseite des Brokers besuchen und im Bereich Plattform einen FX-Trade Demo-Account eröffnen. Dafür müssen Sie kurzerhand Ihre persönlichen Daten, die Mailadresse und das Passwort festlegen und auf Registrierin klicken und nochmal kurzerhand die Mailadresse bestätigen. Wenn Sie sich dann eingeloggt haben, landen Sie in einer solchen Übersicht und Ihnen wird hier erstmal das ganz normale Demokonto angezeigt, welches für den Webtrader ist und hier müssen Sie dann auf Metatrader 4 einrichten, klicken, noch einmal einstellen, wie viel fiktive Einzahlung Sie haben möchten und daraufhin erhalten Sie auch schon Ihre Accountdaten. Sie können den Metatrader 4 dann herunterladen. Der Download startet automatisch, wenn Sie die AGB bestätigt haben und so sieht dieser dann auch aus. Sie müssen nun natürlich erstmal die Erstanmeldung vornehmen, indem Sie oben links auf Datei und Konto eröffnen, klicken und sich hier, die zwei Server stehen hier schon automatisch in der Liste, den Practice-Server auswählen, kurzerhand auf Weiterklicken und bei bestehendes Handelskonto die Daten Login und Passwort einfügen und daraufhin können Sie auf Fertig klicken und Sie werden dann auch eingeloggt. Oben wird Ihnen die Account-ID angezeigt und hier im Bereich Trading wird Ihnen dann auch das Depot-Volumen angezeigt, also die fiktive Einzahlung, die Sie auf der Internetseite von Oyanda gewählt haben. Im Metatrader 4 können Sie dann ganz normal, wie auch bei anderen Brokern, die ersten Trades platzieren und auch diesen Trading-Bereich etwas individualisieren. Falls Sie zum Beispiel einige Währungspaare nicht so interessant finden, können Sie die ganz einfach löschen und hier links aus der Leiste zum Beispiel auch CFDs wie Indizes hinzufügen. Das hier ist zum Beispiel der DAX, also Deutschland 30. Die Fenster anpassen können Sie, indem Sie auf Fenster und Fenster nebeneinander klicken und dieser wird nun unten rechts angezeigt, der Deutschland 30 Chart und hier gibt es nun natürlich noch diverse Möglichkeiten. Zuerst können Sie hier zum Beispiel auf Candlesticks umschwenken, Sie können etwas näher hineinzoomen. Das hat natürlich Vorteile, dass Sie den Ausschnitt hier wählen können und es stehen diverse Indikatoren zur Verfügung, Trendlinien, Voluminas und vieles mehr, die Sie hier allesamt nutzen können. Sie können dort draufklicken und dann natürlich nochmal die jeweiligen Einstellungen vornehmen, mit dem Klick auf OK bestätigen und nun sehen Sie diese drei Indikatorlinien, die dieser Indikator hier beinhaltet. Natürlich können Sie auch fünf oder zehn weitere Indikatoren hinzufügen, je nachdem wie Ihre Chartanalyse persönlich aussieht, aber dies ist immer nur für ein Chartfenster. Also bei dem linken hier zum Beispiel Pfund US-Dollar, dort ist nur dieser Moving Average angezeigt und nicht diese weiteren Indikatoren, die hier rechts hinzugefügt wurden. Es besteht nun natürlich die Möglichkeit, die ersten Trades zu platzieren. Dafür müssen Sie oben auf Neue Order klicken und hier erstmal das Symbol, also den Basiswert auswählen. Mit dabei sind hier zum Beispiel die klassischen Währungspaare wie der beliebte Euro-US-Dollar-Chart oder auch US-Dollar-Yen und auch einige weitere, aber es stehen natürlich auch CFDs zur Verfügung, zum Beispiel WTI-Öl ist mit dabei, aber auch Indizes wie zum Beispiel auch der DAX. Daraufhin müssen Sie kurz an das Volumen einstellen, dies ist eine Pflichtangabe und optional kann auch ein Stop-Loss sowie Take-Profit hinzugefügt werden. Dies ist aber rein optional und muss nicht unbedingt getätigt werden. Mit dem Klick auf Salber-Market oder Buy-Buy-Market wird die Position ausgeführt und hier unten auch kurzerhand angezeigt. Sie finden hier einmal dann die offene Position und hier rechts auch den Gewinn, der in diesem Fall am Anfang jetzt minus 160 ist. Es gibt jetzt hier noch weitere Möglichkeiten, so können Sie den One-Click-Handel aktivieren, indem Sie auf diesen kleinen Pfeil nach unten klicken. Sie können dann hier oben das Volumen einstellen und mit einem Klick auf Buy oder Sell ist es dann möglich, eine Position auszuführen und diese wird dann auch unten angezeigt. Das waren nun auch schon die wesentlichen Funktionen vom Metatrader 4. Ich hoffe, wir konnten Ihnen zeigen, wie wir einfach Sie neben dem Web-Trader auch auf dem Metatrader bei oyanda.com zurückgreifen können und wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit der beliebten Handelssoftware und bis zum nächsten Mal. Ciao!